Aha, die Nazis kriegen auch Presseausweise, ist ja nett. Gehen Sie mal ein Stückchen weiter. Wenn Sie mich noch mal als Nazi bezeichnen, bekommen Sie von mir eine Anzeige. Dann bekommen Sie gleich von mir eine Anzeige. Warum haben Sie hier nicht? Was denn? Was für ein Problem haben Sie denn? Das ist einer von den AfD-Unterstützern hier. Der fehlt immer bei Linken-Demonstrationen. Was erzählen Sie denn für einen Unsinn? Warum hetzen Sie die Menschen gegen mich auf? Sind Sie Demokratin oder sind Sie keine Demokratin? Wer hetzt ihr? Ich hetzt doch gar nicht. Was ist denn los hier bei euch? So, jetzt geht's los, ihr Lieben. Die Liga ist jetzt! Genau, deswegen stehe ich hier, wegen dem Grundgesetz. Aber Sie wollen ja nicht miteinander reden. Ich bin gegen jede Form von Extremismus. So, sehen Sie, deswegen gehöre ich hierher.